Ja, wir sind nominiert und ich brauche diese Rolle. Ich stehe hier vor dem Wasserschloss Stapel in Habecksbeck und ich brauche diese Rolle. Ist egal, Motorrad, Auto, Hubschrauber, ganz egal, aber ich brauche diese Rolle, ja? Super! Ja, liebe Karin, du hast den Paderborner Domkorn nominiert für die Klopapier-Challenge. Ich bin gar nicht in Paderborn und muss mir diese Rolle jetzt bringen lassen, aber ich bin sicher, wir kriegen das hin. Super, danke schön, auf geht's, Paderborner Domkorn! Ja, danke schön! 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 Ja, danke! 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 Frau Karin Kahle, vielen Dank für die Nominierung zu der Challenge! Jetzt sind wir dran! Ja, danke! Ich nominiere als erstes, weil es hier im Münsterland ist, die Capella Ludgeriana vom Dom in Münster. Als zweites die Trierer Domsing-Knaben, weil wir letzte Woche ohne Corona bei euch zu den Heiligrock-Tagen gewesen wären. Und als letztes aus unserem Bistum Paderborn den Jugendchor St. Eglidius in Wiedenbrück, die im letzten Jahr bei unserem großen Festival so einen tollen Jugendchortag auf die Beine gestellt haben. Viel Glück! Übrigens, wenn ihr es nicht schafft, diese Challenge innerhalb der nächsten 72 Stunden zu meistern, dann freuen wir uns auf ein Video von euch direkt am Festtag des Heiligen Liborius, dem 23. Juli, mit dem Lied Sei gegrüßet, O Libori! Viel Spaß! Kurzweiler! Also, wir müssen hier noch einmal in die Sendung lemonade, erkennbar Cshtick